RULE! ENDE! Farag-Seichen! Wahrweise kann ich nur noch Alpha-Central live. Ja. Wie kriegt man die eigentlich? Keine Ahnung. In dem man jedes Secret findet und alles... Keine Ahnung. Ach Quatsch! Nein, der hat ja noch ne Phase! Scheiße! Ich geh auf! Ja, der hat noch so ne müse Phase! Wieso wusste ich davon nix? Das war bestimmt... Ich weiß gar nicht... War das das, was wir nie geschafft haben am Ende? Ah, das mag sein! Ich hab... Ich hab mal Video-Videos. Ich hab aber keinen Plan mehr wie die zweite Phase. Tausch gleich mit mir einfach. Wir machen mal das. Ja ne, ich... Ich mach den Anfang und du machst dann das Ende. Ich hab ja keine Ahnung gemacht heute. Ich bin nicht genau so ungesicht genug. Aber du machst immer das Ende! Mann, jetzt hab ich mich so gefreut! So, dann mach mal deinen Rampage. Und frei. Nochmal. Rampage. Super Rampage. Oh, schön ausgelischt! Und jetzt existier! Und jetzt existier! Der Klaus ist nicht mehr. Du musst jetzt auch nicht mehr rausgekommen. Ich hab das ja auch nicht geschmeckt. Ich hab das ja auch nicht geschmeckt. Ich hab das ja auch nicht geschmeckt. So, mach mal jetzt! Du musst den ganzen Scheiss. Und dann nochmal... Ich hab das ja auch nicht geschmeckt! So habe ich noch einen Schaden bekommen. Sehr schön! Also es läuft jetzt gerade wirklich schlimm schnuschel. Aber nur fast! ja eine Frage ich weiß nicht ob du da stehen solltest ich kann mich nicht bewegen ich bin mir nicht sicher ja da kann ich auch nicht vorspulen hast du nicht vorspulen mit Select? du musst nur geduldig sein darfst du nicht? ja nicht darfst du nicht sonst töte ich dich nicht im Endkampf scheiss aber du zieh nicht jetzt durch und ich duck nicht ja das ist gleich los der ist gleich los ok also der muss noch viel verlieren und ja soll die nach der Tür springen? ich hab keine Ahnung deswegen bin ich ja eigentlich zumindest ab der Mitte da einraben weil das ist kacke den ganzen Scheiß bei dem wir ja schon bewiesen haben dass wir es drauf haben noch das ist glaube ich die Endface ja siehst du auch aber das bringt uns ja alles nichts weil immer auf die Gefahr steht halt bei den Hügelern ach ich glaube wir uns die Endface fast nicht zu schaffen ach scheiss siehst du nach so nem Dingsfehler schon bist du alleine woher einfach ist das Leben gleich mal weil der Boss ist ja der Boss ist teilweise einfach in Form des gleiches Spiel das schreibt einfach Donkey Kong in deinem Fest weil Donkey Kong einfach nicht in Form des Spiels und mein Bruder so ist das Donkey Kong in Form des mit Fairness oder Fairness allgemein oder Donkey Kong Fairness was ist das sehr gut boah noch an der Schöpfung an der Schöpfung ich zitterne bisschen bisschen viel also ich hundert mich an den Kampf gegen Krakulor bei Krasvanja und noch schlimmer der Tod bei Krasvanja heuere auf die Quarte Es wird da so stark, das ist... Ach, der landet automatisch da. Ja, ja, du kannst ihn nicht bereit sein. Ne, der landet wirklich autoautomatisch da. Man kann auch direkt im Sprung kann man nichts mehr machen. Der bewegt sich automatisch da. Okay. Aber wie schön hat die Charaktere mit K. Ich glaube, alte Rechenschreibe. Da hab ich weiter. Ich glaube, ich wollte einfach alles mit K. Ja, ich glaub auch. Ich glaub, da hab ich weniger Spaß. Aber war... Ne, war Kameraschnipp, glaub ich, oder? War alles mit K auf jeden Fall. Gut, Kamerat kann man sich durchschreiben. Oder Kamerat kann man sich durchschreiben. Das ist Kamerat. Bei dem war wahrscheinlich alles mit Ziele. Er springt aber sehr weit. Ja. Und da springt er kurz, da versuch ich über den zu springen. Weiß nicht, los. Das ist ein bisschen zu. Nummer eins. Und er läuft. Also. Und. Ich versuch das zu machen, weil ich mir bei Megaman immer gemacht hab. Und das Pattern mehr. Und. Wäsch. Deswegen hab ich das immer so gehasst, wenn man das Pattern nicht merken konnte. Ja. Und drei. So, jetzt einmal. Zweimal. Und. Dreimal. Und da kommt Corona. Und das war's. Und da kommt der Fahrt. Wechsel. Jetzt kommt der Wechsel. Bitte schön. Wuh. Ich steh aber ganz schön nah dran. Ja, du meinst, dass ich die beiden linke Seite ein bisschen schnirriger bin. Das ist auch so ne Sache. Ich schau aber auch immer schon nötig wie auf ein Venetalisches Ende. Das ist auch so ein Stück. Das ist die Sache verdammt. Untreut. Das ist Crawling. Das ist die Fehlbereitung. Was keiner so schwer falsch macht wie da auch. Wir sprechen eigentlich nur die negativen Sachen. Was? Ich glaube, man hat wunderschöne Sachen. Das ist wunderschön. Du kannst es zeigen. Ja. Die Musiker-Dorky kommt es einfach nicht an. Das ist natürlich eine komplette Reihe. Also Mario hat einfach ein bisschen gut. Egal wie viele die schieben. Auch die Grafik ist für die Power, die die NES damals hatte. Die Grafik ist wow. Das ist richtig gut. Die haben damals auch noch ein ganz neues System verwendet. Die Verdammtbarkeit an. Kodierung. Mit K gibt es ja auch nicht mehr. Charaktere, Luzia, Kunst. Davon lassen, Konzept auf. Kommando. Kann man sich mittlerweile auch drüber streiten. Doch die auf das 10 kochen. Aber das K ist was ich. Da steht kein K. Verkackt. Und auch das in tiefster Dankbarkeit. Kände. Hallo K... Kände tiefster Kankbarkeit. Was ist das nicht? Okay, be aware. Genau. So, pass auf die Drohne. So schön. Und da. Genau. Rücken. Und bei dem anderen. Okay. Das hat nicht geklappt. Ich würde also drunter durchrollen. Wenn das kommt. Ich weiß jetzt nicht, wie oft das springt, gell? Genau. Ach, scheiße. Ah. Oh, Mann. Ich will... Der hier Part, der gibt mir echt auf die Eier. Ich kann immer sehen. Oh, ja, komm. La 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 la. Krone. Oh, Mann. Ja. Daran merkt man schon, dass ich keine Luft mehr habe. Du kannst es schon fast... Oh. Ja. Auf jeden Fall. Mach keine Scheiße. Oh, von mir aus setzt den Stays. Dankeschön. Aber erst in der Mitte. Ja, ja. Erst in der Endestehung. Das ist die Frage, ey. Aber erst dann. Ja, ja. Vorher finde ich halt. Vorher ist es jetzt, wenn ich sterbe. Oh, ja. Nicht, dass wenn ich sterbe, dann lasse ich dann weg. Dann bin ich im Stupf. Wenn, dann will ich doch schon mit uns beiden. Selbst jetzt, das macht ja nicht keinen Sinn. So, bitteschön. Oh, ja. Have a lot of fun. Bye-bye. Oh, mein Gott. Du kennst mich doch. Oh, man. Die muss man schon fast gucken. Ja. innych? Ja, auf der rechten Seite ist das Poghink immer ein Guter. Nur links. Ich weiß, wenn man jemanden befUFFommt, gibt man nichts. Dann kann man nur das Poghink Magpatinnen und Sprechen kennen. Aber Super Mario bekommst du einfach alles. Das ist ein Kilometer vorher, wenn ich dachte, das scheiß Gehilfe bekomme. Und bei Dankung hast du echt wenigstens das Problem mehr als einen halben Bildschirm. Du kriegst einen 2 Viertel, das ist ein bisschen kackler. Auf einmal auf links ein 3 Viertel. Ich glaube, mit einem halben Bild 2 Viertel habe ich das schon immer gekauft. Wir mussten nur noch aufstehen. Ja, kriegen wir aber nichts, weil ich wollte ja nur noch safe in der Uhr nicht. Und wahrscheinlich könnt ihr den Sterber auch noch sehen schon. Und ich muss mir den Abspann angucken. In die Fahrrad. Deswegen auch bin ich bei Ende 1 entfroßen. Ultra nervt. Nervt ultra. Auch wenn die Musik super gut ist, es nervt einfach. Man hat keinen Sinn. Ja, weil jetzt machen wir allein mit dem Bosskampf schon wieder ein Film. Ja. Und dabei ist der gar nicht so schwer. Das kommt dann aneinander aus. Die Krone kommt schnell. Ja, ich weiß. Aber ich habe es gerade nicht aufgrund meiner Augen gesehen. Ach komm. Du mein Gott. Ja, ich weiß. Ja. 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 Da war der Wechsel. Jetzt kommt schon keine Umgebugel. Ich bin mit meinem Partner noch schnell fertig. Ich muss mir leider hingestraten. Ja. Ich muss ja jetzt zum Fahrrad fahren. Ja, wir werfen. Ja. Ich habe das Ende dann. Eins. Juhu. Wir müssen das Ende überleben. Ohne das Ende machst du nichts mehr. Ja. Ich brauche beim Ende auch keinen Sinn. Ich brauche beim Ende auch keinen Sinn. Das ist so gut. Ja. Wenn du schon stirbst, dann musst du schon voll jetzt nicht stirbt. Ist das auch du? Ja. Ich kann da machen wie es dich gehört. Okay. Da rum ist kein Problem. Das andere. Die letzte Runde. Das ist das größte. Okay. Hast du? Und dann kommt wieder. Und füllen. Zauber. Ich muss schon das scheiße. Oh Gott sei Dank. Oh. Nie wieder. Ja okay. Dann machen wir jetzt den State. Auch wenn es jetzt die meisten aufregen wird. Das ist seine Schuld. Ich bin schon gegangen. Er ist. Ja. Ich möchte dazu auch sagen. Ich möchte euch einfach keine 3 Stunden denken. Und vor allem den Scheiß da alle 2 Minuten. Was mir aufgefallen ist. Der leichteste Endboss war jetzt gerade eben der. Gegen. Der dauernd gespuckt hat. Der erste war ich einfach. Weil da wurde ich ja wirklich nur von der letzten Kugel getroffen. Und das war ja beim ersten One Hummel geschafft. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Stimmt. Pass auf Krono. Und alles. Genau. Erst ducken. Und dann musst du nach gut schnell drehen. Oh yeah. Und wieder Krono. Und zwei. Und wieder ducken. Und auf jeden Fall. Wie keines du musst du machen was danach kommt weiß ich nicht. Am besten nachfahren und. Ah nein. Der macht wieder kurz. Scheiße. Du wirst dich nicht mehr. Ja. Jetzt wissen wir. Hey wenn jetzt. Ne. 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 Das kann damit sein. Ach kommt schon. Jungs und Mädels da draußen. Das ist Bullshit. Vielen Dank.